So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet und diesmal ist es wirklich was besonderes, ja, auch wenn ich das immer sag, aber... Heute ist der erste Advent. Heute ist auch der Geburtstag von Sabrina spielt. Heute ist der 28.11. Das Video ist jetzt ganz aktuell, das nehme ich jetzt gerade auf. Ich möchte euch einfach ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstellen. Ich möchte euch zeigen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe, wie ich mich bedankt habe bei, ja, erkenntlich zeigen wollte bei ein paar diversen Leuten, wie ich jemandem eine Freude machen wollte und gleichzeitig möchte ich euch auch mal zeigen, wie ihr anderen eine Freude machen könnt, ja, weil das irgendwie sich noch nicht so ganz... Viele haben das nicht auf dem Schirm. In letzter Zeit habe ich viele Anfragen auch gehabt, wo es hieß, hä, wo kann man denn diese Wunschliste einsehen oder, äh, wie funktioniert das denn hin und her, was viele nicht wissen. Thomas hat eine Wunschliste, Sabrina spielt, hat eine Wunschliste, auch Pupsi hat sich jetzt mal aus Spaß eine Wunschliste gemacht. Vielleicht gibt es ja Leute in der Community, die sagen, sie würden gern Pupsi auch eine Freude machen zu Weihnachten und würden ihr einfach was Kleines zukommen lassen. Jetzt ist das ja immer das Problem. Ihr habt vielleicht da jemanden, den ihr gerne verfolgt, den ihr gerne einen Gefallen tun möchtet. Aber ihr habt die Adresse nicht von demjenigen, derjenige hat vielleicht kein Postfach. Über so Wunschlisten, finde ich, ist das eine coole Sache. Das muss nicht jetzt mit YouTube und irgendwelchen Leuten zu tun haben und hin und her. Das kann man ja auch im Privatbereich so nutzen, auch für Freunde, Verwandte. Es ist immer blöd, wenn man sich irgendwas wünscht und gern hätte, man auf Weihnachten wartet und dann kriegt man irgendwas total komisches, womit man gar nichts anfangen kann. Und der andere denkt sich auch das ganze Jahr über, oh mein Gott, was schenke ich denn, was kaufe ich denn, was, wie würde sich derjenige denn freuen. Also diese Amazon Wunschlisten, finde ich, ist auf jeden Fall was richtig Geniales. Die könntet ihr, jeder für sich selbst, der ein Amazon Konto hat und das noch nicht weiß, ihr könnt euch die erstellen. Wenn dann irgendjemand fragt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten, könnt ihr demjenigen diese Liste geben und er kann sich dann davon was aussuchen, kann auf dieser Liste was bestellen. Das wird dann an euch geschickt. Ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn man sich da jetzt abmüht, irgendwas zu finden und der andere enttäuscht ist über das, was er bekommt. So kann man sich effektiv was Nützliches zukommen lassen. Erstmal möchte ich kurz darauf verweisen, auf das Video, was ich gestern hochgeladen habe. Weihnachtsgeschenke für Shinaya und Kesto. So, ihr wisst, Shinaya und Kesto, die haben ja an einem Gewinnspiel teilgenommen. Die haben da zwei Flaschen Bier gewonnen, und zwar die zwei Flaschen, die man hier sieht. Und bevor ich denen jetzt einfach nur die zwei Flaschen Bier schicke, habe ich gedacht, komm, ich packe noch ein bisschen was mit drauf. Ich packe noch ein bisschen was mit drauf. Ich habe da noch ein paar Nudeln reingepackt. Ich habe da Schokolade reingepackt. Ich habe da Filme reingepackt. Ich habe da Faxe reingepackt. Ich habe da den schärfsten Chip der Welt reingepackt und alles mögliche. Ich habe gedacht, komm, ich bin so zufrieden mit dem Kanal, mit der Community. Shinaya macht auch so viel einfach für die Community. Ist jetzt ja auch Mod geworden auf dem Kanal. Ich mache denen einfach eine Weihnachtsfreude. Ich packe denen was Schönes zurecht. Das wäre cool, wenn ihr euch das anguckt. Ich verlange nicht viel oder bettel sonst nicht, aber das fände ich wirklich cool, weil ich finde, das sieht total schön aus. Da denkt man wirklich schon, es ist Weihnachten und Geschenke einpacken, auspacken. Kesto hat auch ein Unboxing auf seinem Kanal gemacht, ohne zu wissen, was drin ist. Das werde ich mir am Montag angucken, um zu schauen, wie er darauf reagiert hat. Dieses Video nehme ich jetzt als Beispiel, euch zu zeigen, wo die Beschreibung ist. Jedes Video auf YouTube hat im Prinzip eine Beschreibung. Bei jedem YouTube-Kanal gibt es eine Beschreibung. Auch bei Thomas, auch bei Sabrina, genauso wie bei mir. Und immer finden die Leute die Beschreibung nicht. YouTube sieht jedes Mal anders aus. Das ist total schlimm. Mittlerweile ist es ja so, wenn ich mir das angucke. Hier ist der Videotitel und hier steht Mehranzeigen. Oh mein Gott. Dieses Mehranzeigen stand auch schon mal da drunter, es stand auch mal da drunter, es stand auch mal einfach hier hinten in der Ecke, wo ihr es nicht seht. Da steht auf jeden Fall Mehranzeigen. Und bei Mehranzeigen zeigt es euch eigentlich immer die komplette Beschreibung von den Videos. Unter diesem habe ich jetzt das Unboxing vom Kesto reingepackt. Hier ist auch ein Link zu meiner Amazon-Wunschliste. Also wenn wirklich irgendjemand sagt, dem Ramses möchte ich eine Freude machen zu Weihnachten. Ich kenne seine Adresse nicht, ich würde ihm gerne einen Gefallen tun. Der kann da drauf, sieht meine Wunschliste und kann da was bestellen. Und das wird dann automatisch an mich geschickt und es steht auch dabei, von wem das ist in den meisten Fällen. Und so eine Wunschliste, wie gesagt, hat auch Thomas unter seinen Videos in der Beschreibung. Hat auch Sabrina spielt bei sich in der Beschreibung. Ich werde unter dieses Video die Wunschliste einmalig von Thomas, von Sabrina und von Pupsi reinpacken. Also wenn ihr den drei eine Freude machen wollt, guckt in die Beschreibung, einfach auf Mehranzeigen und dann seht ihr die Wunschliste. Und dann könnt ihr eurer Lieblingsperson noch was zukommen lassen. So wie so eine Wunschliste dann aussieht, zeige ich euch mal hier, das ist meine aktuelle. Wir kommen gleich noch zu Thomas seiner, zu Pupsis und zu Sabrinas. Und ich möchte euch zeigen, was ich Thomas bestellt habe, was ich Pupsi bestellt habe und was ich Sabrina bestellt habe. Und warum ich genau diese Sachen genommen habe. Meine sieht momentan so aus, ich habe damals halt so Kugelplay-Guthaben draufgepackt, immer wieder gut für Pokémon. Dann seht ihr hier, habe ich immer diese weißen Gummischuhe, die trage ich ja sehr gern. Habe ich auch sogar schon zweimal bekommen, haben schon zweimal Leute gekauft. Ich habe hier immer schön scharfe Nudeln mit drauf, seht ihr auch, dreimal die Too Spicy sind schon angekommen. Hier die wurden letztens zwei Packungen bestellt. Ich habe hier diese Cheese drauf, viermal habe ich die auch schon bekommen. Diese Snack-Insects stehen drauf, haben wir schon mal getestet mit Hannes. Wenn ich nochmal so ein Packen bekomme, habe ich ja gesagt, möchte ich dann mal ein Video machen für eine Challenge, dass ich alles zusammen auf einen Teller und das gemischt esse. Ich habe hier auch meine, die Spiele letztens drauf, die ich da reinpacken sollte. Die Community gesagt, pack das mal auf die Wunschliste, ich möchte das gern bestellen, damit du das spielst. Hat auch wunderbar funktioniert. Aktuell habe ich jetzt den Halloween-Film drauf. Ich habe jetzt hier dieses Pokémon Mystery Dungeon draufgepackt. Kenne ich nicht. Marius hat gesagt, die Dungeon-Spiele waren so toll, ist jetzt nicht mehr so teuer. Also es ist jetzt nicht was, was ich unbedingt brauche, sonst würde ich es mir direkt kaufen, aber vielleicht irgendwas wie wo. Da mir Let's Go Pikachu so gut gefallen hat, habe ich das Let's Go Evoli nochmal draufgepackt. Denn das ist ein Spiel, was mir trotzdem noch persönlich besser gefällt als Perle. Und ich, ja, einfach sag, das war was Feines. Und die Pokémon auf der anderen Generation angucken und anders nochmal durchspielen, wäre auch eine nette Sache. Da ist noch ein Saufpark drauf. Ihr habt jetzt Faxe da drauf. Das habe ich eigentlich als Spaß eher drauf, aber irgendwie habe ich gesehen, es gibt den Red Eric Faxe. Kenne ich gar nicht. Das Blaue kenne ich noch weniger. Und ansonsten habt ihr das Schwarze und das Weiße. Ansonsten, das Bier kann man ja auch eigentlich wieder runternehmen. Aber wenn jetzt wirklich so eine stiege Faxe ankommt und da ist, wo man wieder kommt und da freut er sich vielleicht auf Faxe-Bier. Und ihr könnt auch natürlich selber, wenn ihr so eine Liste habt, auch immer nachgucken. Hier oben kann man das nämlich umstellen bei Filtern. Können auf gekauft und dann zeigt es euch die zuletzt gekauften Artikel an. Die verschwinden dann von der Liste, sodass das nicht jemand doppelt kauft. Die Flying Goose-Soße, Blackout, letztens vom Sören bekommen. Pokémon Leuchtende Perle bekommen. Vom Ice Scorpions. Pokémon Arceus vorbestellt. Von Zockermite. Danke dafür. Und auch hier diese Dogging Station, letztens noch von Tiso. Finde ich also, finde ich richtig cool alles, wie das gemacht ist. Manche wissen das nicht mit dem Umstellen. Bei denen stehen die gekauften Artikel immer noch auf der Liste mit allen anderen. Und wer da nicht genau hinguckt, dass da die Stückzahl sich ändert, oder dass da gekauft schon steht, der bestellt das nochmal. Und dann habt ihr eben fünfmal das gleiche Spiel oder fünfmal das gleiche Ding. Muss nicht sein. Ich empfehle jedem, der so eine Liste macht, macht wirklich das Häkchen rein. Gekaufte Artikel, nee, macht das Häkchen weg. Gekaufte Artikel auf der Liste behalten. Weg. Müssen wir nicht. Dann sieht es nämlich im Endeffekt so aus. Beim Thomas verschwinden die Sachen. Das ist Thomas seine Liste. Thomas seine Liste wird auch unten reingepackt. Thomas hat zum Beispiel hier dastehen Rockstar Energy Watermelon. Google Guthaben. Ein Samsung Handy für 10 Milliarden Euro. Ja gut, das ist jetzt ausverkauft mittlerweile, also steht es nicht mehr drin. Hier hast du Sodastream irgendwie. Fruchtschorle, Sirup. Hier hast du Trietop. Hier hast du Bolero, Mixed Paket. Hier hast du ein, was ist denn das, ein Mauspad? XXL? Vielleicht legt er sich da drauf als Picknickdecke. Du hast Lorenz Snack World hier, Chipsletten. Du hast hier Arceus. Ach, Arceus. Hier hast du hier strahlender Diamantas Spiel. Du hast hier nochmal so Sodastream-Zeugs. Flaschenhalter für irgendwelche Sodastream-Flaschen. Ein Akustik-Bild. Eine Maus. Einen Rechner. Einen High-End-PC-Gaming-Rechner 1.5. Hier hast du eine Elgardo-Stream-Deck-Live-Content-Creation. Also lauter so Sachen halt. Pokémon-Adventskalender Mario Kart. Acht-Deluxe. Das Southpark-Spiel. Vita-Kraft-Adventskalender für Hunde. Und eine Logitech-Stream-Cam. Also, warum eine Cam? Heißt, dass Thomas möchte demnächst auch Streams machen und sich zeigen. Da müsste ja wirklich jemand, der Interesse dran hat, dass Thomas sich zeigt, einfach eine Kamera ihm kaufen, dass man ihn einfach sieht. Jetzt habe ich von Thomas' Liste gedacht, womit kann ich ihm eine Freude machen? Ich habe Thomas folgendes bestellt. Einmal. So eine Stiege Rockstar Energy. Dass er was zu trinken hat. Habe ich gedacht, kann man ja mal machen hier. Habe ich ihm bestellt. Habe ich zusätzlich bestellt. Eine Stiege. Paprika-Chips-Letten. Dass er was zu fressen hat, habe ich gedacht. Und was fehlt noch? Was zum Zocken. Also habe ich ihm noch The Legend of Zelda Breath of the Wild bestellt. Der hat das auch alles schon bekommen. Er hat das letztens im Stream aufgemacht. Man hat ihn nicht gesehen. Man hat es halt nur gehört, wie er da rumgewuschelt hat. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Legend of Zelda kennt ihn ja viele. Das ist jetzt was. Das würde ich selber vielleicht gerade nicht spielen, weil mir das zu heftig ist. Aber würde mich interessieren, wenn Thomas das spielt, wie das aussieht. Ich glaube, er da Spaß dran hat. Also habe ich ihm schöne Weihnachtsgeschenke gemacht, dachte ich. Ohne ihn würde der Kanal ja auch gar nicht so laufen, wie es ist. Habt ihr heute wieder gesehen. Bei Rates für Zuschauer. Ohne Thomas funktioniert vieles nicht. Tobi, Marco haben auch immer geholfen. Aber das ist halt weniger geworden. Und von Marco hört man gar nichts mehr. Tobi hat weniger Zeit. Er hat da noch viel zu tun, da mit seinen Prüfungen und alles. Aber Thomas muss halt meistens als Prügelknabe herhalten. Sagen wir mal so. Deswegen habe ich gedacht, okay, kriegt er, habe ich ihm bestellt. Neues Spiel, was zu essen, was zu trinken. Diese Kombination fand ich total cool. Weiter geht's zu Pupsi. Was hat Pupsi auf ihrer Liste? Bei Pupsi habe ich gesehen hier, also beim Thomas war es auf jeden Fall so, als ich das Spiel bestellt habe, war das weg von der Liste. Und war im gekauft Bereich, sodass das nicht jemand noch bestellt. Wenn er natürlich bei Chipsletten steht, er möchte zehnmal so eine Stiege. Dann steht er dann dahinter einmal gekauft oder zweimal gekauft. Und wenn die zehn erreicht sind, ist das auch weg. Pupsi hat ihre Liste leider nicht so eingestellt. Bei Pupsi steht dann halt nicht hinzugefügt am So-und-So-Vielen. So wie hier, da steht Artikel hinzugefügt bei der Hose. Seht ihr nicht, weil das Porena davor ist. Und ansonsten steht dann zuletzt gekauft am So-und-So-Vielen. Ich sage dann noch, dass sie das umstellen sollen, sodass die Sachen verschwinden. Ist auch für mich besser. Denn wenn niemand ihr was kauft, aber ich mich an dieser Liste immer orientieren kann, damit ich weiß, auf was meine Freundin eigentlich steht oder was sie so braucht. Denn ich habe hier schon mal, wenn ich ihr was kaufe, passt das irgendwie nicht. Aber diesmal weiß ich ja, dass das Sachen sind, die sie mag. Sie hat hier zum Beispiel diverse Duftkerzen drauf. Duftkerze hier, Entspannungsduftkerze da, Lufterfrischer, hier eine Penishose zum Anziehen. Hier habt ihr irgendwie Parfüm, noch mehr Parfüm, ein Schlafanzug von Mickey Mouse, Sportsocken, lustige Sneakerssocken, Raumduft-Apfelzimt. Hier hast du Adidas, Damen, Grand Quartz, Sneaker, nochmal Parfüm, Bettwäsche, Parfüm, Federspielzeug, Tusi, für die Katze. Dann hast du ein Pullover, also ein Hoodie. Dann hast du ein Lindt, Weihnachtszauber-Mini-Pralinees-Kalender. Du hast ein Doolies zum Saufen. Du hast hier so einen Schal, so einen Runden. Du hast hier was für ihre Tochter, diese Muffins, Muffinis. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht kennt ihr das Spielzeug, was aussieht wie ein Muffin, was du aufmachst, wo eine Figur drin ist, dann wieder zu. Was ist nicht alles, ja, da hast du hier einen Puma-Rucksack, hast du noch eine Juwelkerze, hast du hier irgendwie Marzipan-Klassiker, Glühficken-Starter-Paket, Glühficken, was zum Trinken, irgendwelche Geschenkkarten, hier ein Weihnachtswetschert, Weihnachtshutti, so ein Xiaomi-Smart-Band, ein Niederegger-Adventskalender-Pyramide, Lindt-Weihnachtsmazipan. Also wie man merkt, sie steht auf jeden Fall auf Marzipan in allen Formen. Sie steht auf Parfüms, sie steht auf Duftkerzen. Hier so ein komisches Armband, dann hier irgendwie Bananenlikör, wieder hier, ne, Parfüm, genau, jetzt haben wir es, Handschuhe, Touchscreen-Handschuhe, damit man einfach, ne, und dann hier so ein blödes T-Shirt zum 28. Geburtstag, ne. Ich weiß gar nicht, wer 28 wird, aber trotzdem, ja, von sowas halte ich eigentlich nix, aber wenn sie sich das wünscht, okay, 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 ich bin schon ruhig, ich hab nix gesagt, das also Pupsis Liste, und ich hab gesagt, was gebe ich denn Pupsi? Ich hab Pupsi, weil sie sowas halt immer toll findet, man kann es auch kitschig finden, ich hab ihr auf jeden Fall jetzt rausgesucht, so ein Hoodie, ne, Mickey und Minnie hier, Mom und Dad, alles, ja, Mom, weil Dad gibt's ja nicht, fertig, bin ja kein Dad, da wird sie sich, denke ich, mal freuen, zieht sie gerne an, dann hab ich hier diesen passend dazu, so einen Schlafanzug rausgesucht, hab ich gedacht, hat sie was, und weil sie ja so auf Zeug steht, und das so gebimbel ist, da kriegt sie halt hier ihre komischen, ihren Lufterfrischer, da kriegt sie ihre, ihre Duftstäbchen, manche Sachen sind schon angekommen, die hab ich hier verstaut, manche Sachen sind noch nicht angekommen, bei manchen Sachen steht da zuletzt gekauft da, bei manchen nicht, kommt auch immer darauf an, ob das jetzt direkt vom Amazon geliefert wird oder nicht, also nicht wundern, äh, bei Thomas hat's gepasst, alle drei Sachen kamen direkt von Amazon, sind in ein Paket gekommen und gingen direkt an ihn, bei Pupsi sind das fünf, sechs verschiedene Sendungen, bei Sabrina sind das auch drei, drei verschiedene Sendungen, es kommt alles unterschiedlich, hier hast du hier diese Duftstäbchen dabei, dann hast du hier diese lustigen Sneakerssocken, dann hast du hier nochmal eine Entspannungsduftkerze dabei, du hast hier nochmal eine Duftkerze, also ihr seht, viele Sachen, als ich bestellt hab, waren noch gar nicht auf ihrer Liste, das ist dann später erst hinzugekommen, deswegen hab ich nochmal was bestellt, hier diese komischen Marzipan-Klassiker, da sie dann noch was Süßes hat, dann diesen, äh, Loop-Schal, ja, was das immer ist, und hier dieses heiße, sexy Outfit, mit einem, Hirsch-Reh-Teil, was man dann irgendwie, ist auf jeden Fall pervers, so, hab ich, hab ich gemacht, hab ich hier Dings, Pupsi ist auch eingedeckt, wenn ihr auf der Liste irgendwas findet, wo ihr sagt, das findet ihr cool, das würdet ihr gern gönnen, könnt ihr euch, könnt ihr ihr bestellen, kein Problem, ihr könnt Thomas eine Freude machen, ihr könnt Pupsi eine Freude machen, und wir haben noch eine übrig, nämlich Sabrina spielt, die ja wie gesagt heute auch Geburtstag hat, und bei Sabrina spielt war auch das Teil, Sabrina hat so viele Aufrufe, Sabrina hat so viele Likes, Sabrina hat so viele Fans, Sabrina hat ein Postfach, aber es hat noch keiner was an ihr Postfach geschickt, sie kriegt keine Fanpost, kein gar nichts, hätte ich nicht gedacht, ich hab gedacht bei ihr, auch gerade die Jüngeren, manchmal malt man auch einfach ein Bild, schickt das da hin, sagt, hier, du bist mein Vorbild, alles, aber Sabrina hat noch nie Fanpost bekommen, hat sie mir gesagt, auch in ihrer Wunschliste hat sie einiges drin, aber es hat noch nie jemand was aus ihrer Wunschliste bestellt, hat sie mir gesagt, deswegen wollte ich den Bann brechen, und habe ihr was bestellt aus ihrer Wunschliste, ich wollte ihr auch eine Freude machen, ich wusste gar nicht, dass sie Geburtstag hat, ich hab das einfach bestellt, das sollte für Weihnachten, jetzt hat sie halt am Geburtstag was, und an Weihnachten kommt noch was nach sozusagen, weil das noch nicht alles da ist, Sabrina hat ja auch so Google Play Cards drin, ihr habt ja auch so Lippenstift, das ist auf jeden Fall wichtig, Aloe Vera Perfect Match, Make-up, also Pupsi und Sabrinas Listen haben auch Ähnlichkeit, also nicht hier wegen Make-up und Lippenstift, Kompakt Puder, Eyeliner, Kuscheltiere, Kaffee, Pudenhälse, GoPro Akku, GoPro Hero 9, das ist meine Kamera, die ich hab, ne, die ist momentan richtig günstig, glaube ich, 334, glaube ich, ich hab die für fast 500 Euro gekauft, keine Ahnung, also Sabrina hat natürlich Sachen drin, um ihren Kanal nochmal, eine bessere Qualität zu liefern, Equipment da, alles dabei, auch für den Hund, auch für sich, hier ein Samsung Handy für 777 Euro, Samsung Tablet, hier nochmal eine Kamera für 600, da auch ein bisschen Schmuck, eine Kette, Ohrringe, T-Shirts sind dabei, Schlafanzüge, also Pupsi, Sabrina, Schlafanzüge, alles bei, jetzt kommen hier auch diverse Parfüms, Düfte, hier sind Bücher dabei, eine Halterung fürs Handy, nochmal Plüschtiere, Pokémon Schwert, komisch, Pokémon Schwert hab ich auch, Pokémon Diamant, Pokémon Arceus, ein Controller für die Switch, eine Speicherkarte, nochmal Plüschtiere, alles dabei, Nintendo Switch, OLED Modell, für 369, ich mein, sie hat jetzt, sie hat jetzt ja eine Switch, sich gekauft, es gibt jetzt dann irgendwann, ein neues Modell, das OLED Modell, steht da, wie sehr gewünscht, hätte ich sehr gerne, ob man jetzt zwei Switches braucht, oder nicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das, eine für den Mann, eine für die Frau, dann können beide zocken, leuchtende Perle, auch dabei, Kopfhörer hier, sind da, da ist noch Schild dabei, hä, Pokémon Schild? Achso, Pokémon Schwert war das ja, ich kann nicht lesen, sorry, Pokémon Schwert noch, Let's Go Evoli, hier auch ein, äh, Hunde Adventskalender, noch ein Hunde Adventskalender, Pickup, die müssen neu sein, aber 21, da hab ich seitdem nicht drauf geguckt, okay, auf jeden Fall, Pickup ist dabei, nochmal Jakobs, hier, eine Steckdosenleiste, ein Bürostuhl, ne Powerbank, nochmal Kuscheltiere, nochmal ein Controller, nochmal ihr Panzerglasfolie für die Switch, Hundefutter, Wildvogelfutter, Fett- und Weichfutter, ein Greenscreen, oder wird ordentlich aufgerüstet, von diesen ganzen Sachen, hab ich gedacht, was kann, was kann man denn machen, um es nicht zu übertreiben, ich hätte ihr jetzt kein Spiel gekauft, das ist ja Konkurrenz, ja, wenn sie dann immer das gleiche streamt wie ich, aber ich hab gedacht, was wäre ganz chillig, erstmal hab ich gedacht, was für den, für den Hund, ne, also gab es eine Packung Putenhälse, das der Hund, was Lägeres hat, zack, dann, ah, ist doof, wenn ich das zumache, sieht man das andere ja schon, dann hab ich gedacht, ein Relaxo, sie hat ein Relaxo in ihrer Liste gehabt, und, ich hab ja dieses Relaxo, dieses Ditto Relaxo, und theoretisch hab ich das eigentlich nur, wegen dem Video von ihr, denn als sie unterwegs war, hat Murmel ja im Hintergrund, ein Plüsch Relaxo gehabt, was ein Ditto Relaxo war, mit diesen, mit diesen Augen, weil der hatte eigentlich Schlitzaugen, diese Augen sind auf, weil das ist das Ditto Gesicht, den kann man ja hier auch aufmachen, rumdrehen, ne, wer das nicht kennt, und weil ich das bei ihr gesehen hab, und immer so aus Spaß geschrieben hab, ah, mag Murmel mir vielleicht sein Relaxo geben, das sieht so toll aus, hab ich das irgendwann mal auf ne Wunschliste gepackt, und, ich glaube, der, 0max6, hat das bestellt, und dann kam das an, und dann hab ich einfach dieses schöne Ditto Kissen gehabt, mit Relaxo, und jetzt hab ich gesehen, sie hat auch ein Relaxo bei sich, es ist aber ein normales Relaxo, hab ich gedacht, das gibst du ihr zurück, durch ihr Video, damals hast du das überhaupt ja erst kennengelernt, jetzt kriegt sie auch ein Relaxo, was von dir ist, das würde auf jeden Fall sehr gut passen, das wäre ne coole Sache, ähm, hab ich dann also bestellt, und gedacht, außerdem sieht Relaxo so aus wie ich, da sieht sie, sie hat ein dickes Relaxo, von Rams ist die dicke, und das hat irgendwie nen Zusammenhang, gleich, also, was kuscheliges, ne, an hier, für Dings, äh, für, 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 für den Hund, dann natürlich, was darf nicht fehlen, Lippenfarbe, Kuss echt, weil, es ist schon ein, ein Meme richtig, der Lippenstift darf nicht fehlen, immer bei nicht scharfen Nudeln essen, jetzt siehst du aus wie Sabrina, roter Lippenstift hin und her, also, Lippenstift muss hinterher, muss dabei sein, Lippenstift noch, 10 Euro so ein Stift, Alter, ich sag's dir, geht aber auch hier noch, Alter, 140 Euro, ach ne, das ist pro 100 Milliliter, hä? 140 Euro pro 100 Milliliter, bei ein den anderen steht immer hier, pro 100 Gramm, 207 Euro, was ist das, man darf nicht hingucken, Modewelt ist teuer, Rauchen ist teuer, Schmuck ist teuer, seit Rams ist tragt Bart, ne, dann passt das, ein Lippenstift auf jeden Fall, weil das ihr Highlight ist, ein, äh, für den Hund was dabei, für Dings, und weil sie ja viel unterwegs ist, mit dem Hund und auch ohne Hund, und weil sie natürlich sich viel draußen bewegt, habe ich auch diese Socken auf ihrer Liste gefunden, und fand das auch lustig, diese Pokémon Socken, warum nicht? Pokémon, Women's Engel Socks, 5 Pairs, also, noch ein Päckchen Socken dazu, ich denke mal, das ist eine schöne Auswahl, was für den Hund, was für sie, was einfach hin und her, also, Kuscheltiere hat sie ja immer in ihren Videos auch, sieht man da oft, auch auf dem Sofa, äh, hinten Kissen dabei, fand ich eigentlich ganz cool, das ist im Prinzip alles, und das ist das, was ich gemacht habe, und jetzt stellt sich die Frage, was macht ihr? Wollt ihr den Leuten auch was zukommen lassen? Habt ihr jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, das ist der erste, äh, Advent, unterstützt eure Lieblings-Youtuber, egal ob das jetzt der Ramses ist, oder die Sabrina, oder, äh, der Thomas, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr jemanden eine Freude machen wollt, und nicht wisst wie, nutzt einfach diese Listen, ich glaube, das ist das Schönste, was ihr machen könnt, oder für den privaten Gebrauch, ihr könnt euch selber eine Liste machen, können die bei eurer Verwandtschaft verteilen, dass halt, man sich reingeteilt, jeder besorgt was von der Liste, ihr freut euch, dass ihr tolle Sachen bekommt, die ihr auch wirklich braucht, oder möchtet, und andersrum genauso, also das finde ich eine sehr gute Sache, dass das existiert, dass es das gibt, und das Ganze kenne ich auch, nur theoretisch, von Natururin, weil der immer seine Amazon-Liste gemacht hat, und präsentiert hat, und danach habe ich mir auch eine zugelegt, ich kenne das nur von ihm, sonst hätte ich das gar nicht gekannt, jetzt mache ich das hier weg, nachher gibt es noch die Raid Mania, ich packe, wie gesagt, alle drei Wunschlisten von den Leuten hier unten in die Beschreibung, ich habe euch gezeigt, wo die Beschreibung ist, guckt in die Beschreibung mal rein, und dann, ihr müsst nicht, es ist kein Zwang, keiner wird hier gezwungen, irgendwas zu machen, aber wer möchte, und immer nicht weiß, wie und wo, hat darüber also die Möglichkeit, auch für die Zukunft, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses, und schönen ersten Advent, und nochmal, alles Gute zum Geburtstag, Sabrina, und ich freue mich schon auf Montag, vielleicht kann ich mir da das Sabrina Video, wenn sie ihre Geschenke aufmacht, und das sieht, und ihre Reaktionen, vielleicht kann ich das gleich gucken, vielleicht kann ich auch beim Kesto gleich gucken, der hat seines ja auch hochgeladen, vielleicht hat er auch schon ein, zwei Challenges dann hochgeladen, der hat richtig Bock momentan, Peace out, vorhaut, euer Ramses, frohe Weihnachten, in zehn Wochen, Tschüss.